Glaubt ihr, die Russen sind nur zum Vergnügen hier? Die retten ihre Herrscher. Wir wissen, dass sie mit der PLA zusammenarbeiten. Und jetzt los! Okay, wir beenden einen Krieg, indem wir einen neuen anfangen. Das wäre ein Scheißspiel. Von Tess, was die Befehle gehört, also los! Alles klar. Da kommen wir nie und immer durch. Keine Chance. Bald ein und macht euch nur vorrückend bereit. Ziele, Turm entgegen. Turm. Turm-MG. Ah, unser Jeep. Okay. So, in Deckung und auf geht's. Weiter, weiter. Ist das unserer? Ja. Oh Mann, sind hier viele. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen auch wieder mehr zu... hier folgen. Wir dürfen nicht so alleine rumraschen. Wir kriegen halt ein bisschen viel auf die Fresse. Wo ist denn der, Alter? Ich seh den nicht. Über den Kampf kommen noch mehr Fallschirmspringer. Halt uns! So, hinterher mir egal. So, weiter, 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 Jungs. Lol. Oha. Scheiße. Wir kriegen gerade wieder richtig auf die... Nein! Nein! Ich will nicht auf die Fresse bekommen, Mama. Wir sind schon wieder gestorben. Und wir müssen wieder den verkackten Berggrund rennen. Scheiße. Oh Mann. Nein, wir sind schon unten. Sehr gut. Okay. Das sind Granate. Lol. Okay. Erstmal die NG-Heinis wegballern. So, schön. Ach, der lebt noch. Okay. Jetzt ist er weg. Hä? Wieso hat der überlebt? Okay. Äh, Augen offen halten. Jungs. Was ist da los? Was ist denn los, Jungs? Oh yeah. Das ist mal ne Ansage. Gegenangriff. Kontakt. Baumgrenze vor uns. Fallschirmjäger. 200. Schnell nacheinander. Feind hinter Deckung. Fahren. Oha. Vielleicht kommt aber ein Jeep. Das weiß ich noch. Hihi. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Alter, blockier mich nicht, du Huren. Was für ein Sponk. Da ist der Jeep. Lol. Den haben wir verfehlt. Den haben wir auch daneben. Äh, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Hier. Du kriegst einmal. Du hast noch nicht genug. Dann kriegst du. Zweimal. Babumm. Pust nicht rum. So, weiter Jungs. Weiter. Müssen wir den Krieg heute gewinnen. Ja, hintereinander ist auch nicht so ganz klug. Den erwischen wir jetzt aber. Yeah. Äh, Jungs, ich bräuchte mal dringendst Muni. Gibt's hier Muni? Nein. Gibt's hier Muni? Nein. Gibt's hier Muni? Ja. Oder? Jungs, Munition. Ja, dann nicht. Äh, doch, Muni. Wieso habe ich jetzt schon keine Muni mehr? Lol. Das geht ab. Waren die nicht irgendwie so Muni-Kisten oder so? Nein. Doch, da. Alles klar. Nochmal Kette. Auf jeden Fall. Oh, da kommt eine Granate. Geflogen. Gottverdammte Scheiße. Ah, Kaspian Bordens immer wieder. Kaspische Grenze. Und da fällt auch der Wachtturm rum. Im Multiplayer, wenn man, glaube ich, 50 Tickets erreicht hat. Alle waren raus aus den Faden. Batz. Au. Du, du bist einfach so sehn ruhig da. Ballerst alle weg. Und dann kommt so eine, so eine Salve von drei Schüssen, die richtig treffen und du siehst einfach gar nichts mehr. Du lebst noch. Ne, der lebt nicht mehr. Okay. Ah, ich hatte das matte Gefühl, wir entfernen uns wieder extrem von der Truppe. Doch nicht. Okay, wir können los. Okay, sehr gut. Los, Jungs. Auf geht's. Hinterher. Oh, hier hat das Gefühl, hier kommen wieder Abertausende Gegner. Ne, nicht so geil. Aber okay. Lol. So, schützender Graben ist schon mal gut. Ähm, weiter. Au. Er hat gesessen. Der ist weg. Weg. Weiter. Oh man. Kriegen wir wieder dick aufs Maul. So wie immer. Was, Feuer einstellen. Sorry. Äh, das war ein Verbündeter, ja. Aber auch nur das. Sind aber überall Gegner. Wie soll ich hier Feuer einstellen? Äh, wir haben Feuer. Oh yeah. Feindlicher Panzerboot. Noch zwei WMDs. Panzer ist bereit und mobil. Erster. Zweiter. Insgesamt der erste Panzer. Und rein mit dir. Getroffen. Er brennt schon mal richtig. Das ist sehr wünschenswert. Und batz. Yeah. Schon wieder Muni immer holen. Bloß nicht vergessen. Und hinterher. Auf geht's. Ich habe leider wieder vergessen, wer wir sind. What the fuck? Was war das? Lol. Wieso sterben wir einfach? Sag mir nicht, dass das das Fass war, oder? Ey, du wirst mich verarschen. Nee, oder? Alter. Geh mir nicht auf die Eier. Weg mit dir. Weiter, Jungs. Weiter, 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 weiter. Ja. Was wirst du uns mitteilen? Sergeant Campo, bereit machen. Sir, wir sind nicht stark genug für eine russische Brigade. Vielleicht sollten wir das überdenken. Das ist taktische Kriegsführung, Sergeant. Wenn's dir nicht gefällt, dann geh doch zur Air Force. Männer, ihr habt mich bisher noch nie enttäuscht. Und deshalb erwarte ich von euch, dass ihr das schafft. Absolut so. Nein, Steve. Es tut mir leid. Aber das ist total unsinnig. Und ich habe ernsthafte Bedenken, deshalb... Sergeant Campo, Blackburn. Fortfahren wie geplant. Das sind Jets. Aber nicht unsere, oder? Scheiße. Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Oh, scheiße. Er geht um. Gott verflucht der Kacke. Bewegt den Kacke. Oh, oh. Scheiße, der hat uns echt gesehen. Scheiße, Mann. Wieso gehen nur wir drauf? Ey, das ist so deprimierend. Das ist so deprimierend. Er wird nur richtig deprimierend. Wo soll ich denn hin? Ich renne einfach dem hinterher, okay? Einfach dem hinterher rennen. Wo geht denn der lang? Was macht denn der? Wo ist denn der Jet? Da ist der Jet. Alter, pisst dich. Nein, er kommt zurück. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Nicht geil. Nicht geil. Auf gar keinen Fall. Beweilung. Jetzt geht's los. Der kommt wieder. Ach du Scheiße. Oh, Mann. Los, Jungs. Los, die Sänger. Sie sind Brawler. Sie sind abgeschnitten. Unten bleiben. Los, los, los. Unten bleiben? Echt jetzt? Ne, oder? Doch. Wow, fuck. Nein. Vergessen. Nein. Der kommt wieder. Geil. Kurz work. Oh, Mann, ey. Das ist richtig scheiße. Ja, die laufen weiter. Lass mich einfach liegen. Sehr geil. Oh, Mann, oh, Mann. Ja, du kannst zwei Primärwaffen tragen. Das wissen wir schon. Mal eine neue Info, wie zum Beispiel, renn weg, wenn die Jets kommen oder sowas. Wäre auch mal ganz geil, aber nein. Nein. Wollen sie nicht. Machen sie nicht. Ja, wissen du. Montez. Nee, wir gehen drauf. Nee, doch nicht. Okay. Weiter, Jungs. Weiter. Und weiter, 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 weiter. Das war die letzte. Das war die letzte. Ach so, Scheiße, der ist echt gut. Pilot ist echt verdammt gut. Das muss man sagen. Hätte ich ja mal eine LRV, dann wäre das ja ein Kinderspiel, aber okay. Okay. Wo ist denn der? Was ist denn das? Ach, das hier. Lol, 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 lol. Wo ist denn der? Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Sternmaßnahmen, oder? Lol, mit einer Stinger wirst du mich verkackeiern. Geiler Scheiß.